So Jahresanfang und kurz nach dem Kongress ist es vielleicht nicht ganz so voll wie sonst, aber umso schöner zu sehen, dass ihr heute alle hier seid. Genau, wir haben heute zwei Talks für euch vorbereitet. Und zwar wird Anna Biselli einen Rückblick zum 30C3 machen und ein bisschen erzählen, was dieses Jahr auf dem Kongress passiert ist. Und Jan-Peter Klein-Hans wird über das Thema DOS-Attacken als Protestmittel sprechen. Genau, neues Jahr, neuer Start, kurze Ansage zum Anfang. Ja, ich glaube, jetzt ist Zeit aufzustehen. Genau, wir haben, die Digitale Gesellschaft hat einen neuen Vorstand und der steht für euch, Sandra Mamitsch, Jan Schallaböck und ich für den Stream, Géraldine Bastion. Genau, und wir wollten uns am Anfang einfach ganz kurz zeigen und nochmal unsere Namen sagen, damit ihr alle wisst, wer wir sind. Und natürlich sind wir im Anschluss auch noch da, falls ihr uns nochmal ansprechen wollt. Genau, dann gerne im Anschluss. Ja, und dann sind wir eigentlich auch gleich bereit loszulegen. Noch so ein paar Rahmenansagen, wie immer. Ja, ganz wichtig, wir sind wieder in der Seabase, wie jedes Mal bei unserem netzpolitischen Abend. Das heißt zum einen, hier ist Rauchverbot noch, solange die Veranstaltung läuft und zum anderen, dass hier Film- und Fotoaufnahmen passieren für den Stream, damit auch alle Leute zu Hause mitschauen können. Wenn ihr eine Frage stellt und nicht wollt, dass ihr im Stream auftaucht, könnt ihr euch da hinten unter diesen Torbogen stellen, dann werdet ihr nicht von den Kameras erfasst. Ansonsten kann ich euch jetzt nur noch viel Spaß wünschen und bleibt dann noch ein bisschen auf ein Getränk. Genau, super. Und als erstes würde ich Jan-Peter gerne auf die Bühne bitten. Ja, grüßt euch. Erstmal frohes neues Jahr von mir. Ah, Moment. Ah ja, genau. Da sind wir schon. Ich habe mich vor einem Jahr irgendwie in DDoS-Attacken verloren. Rein auf professioneller Ebene sozusagen. Ich habe mich rein wissenschaftlich damit auseinandergesetzt und habe nichts Schlimmes gemacht. Und seitdem bin ich sozusagen vom Thema Internetproteste, ziviler Ungehorsam, DDoS-Attacken fasziniert, weil ich das ein sehr wichtiges und sehr spannendes Feld finde. Und ich habe mir gedacht, hey, wann hat man schon mal die Chance, so viele netten Leuten wie euch 15 Minuten was zu sagen. Insofern geht es heute bei mir um zivilen Ungehorsam im Internet. Und da fragt man sich natürlich zuerst, was ist ziviler Ungehorsam? Ziviler Ungehorsam, wenn wir mal zurückdenken oder blicken, erinnert sich vielleicht aus dem Schulunterricht der eine oder andere an diese vier Studenten. Das sind die Greensboro Four. Das waren vier afroamerikanische Studenten, die in Amerika gegen die Rassentrennung protestiert haben. Wie haben sie das gemacht? Sie haben sich einfach in einen Diners gesetzt, also in ein Restaurant gesetzt, und zwar dort auf die Plätze, die eigentlich nur für die weiße Bevölkerung bestimmt waren. Und haben allein durch das Hinsetzen auf diese Sitzplätze ihren Protest kundgegeben. Ansonsten haben die nichts weiter gemacht. Also sie sind da einfach den ganzen Tag sitzen geblieben, haben somit das Gesetz gebrochen und haben somit allen umliegenden Ortschaften sozusagen oder allen anderen Gästen gezeigt, wir finden dieses Gesetz schlimm, wir finden dieses Gesetz schlecht, wir wollen dagegen was ändern. Das war sozusagen der Grundstein für die Bürgerrechtsbewegung und gegen die Rassentrennung in den USA. Danach, wie ihr alle sicherlich wisst, wurde es eine riesige Bewegung und schon drei bis vier Jahre danach, also nach diesen ersten Protesten, wurde in Amerika der Civil Rights Act verabschiedet, der die Rassentrennung aufgehoben hat. In den 60er Jahren hat es dann auch angefangen, dass natürlich, wie so oft, immer ein bisschen zeitversetzt, die Wissenschaft sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und da gab es dann Philosophen, Rechtswissenschaftler, Juristen, Soziologen, die alle dieses Thema, oh, das ist irgendwie eine andere Art von Protest, ganz toll fanden. Und da gab es dann natürlich, wie das Wissenschaftler so gerne machen, Formaldefinition. Also was ist denn ziviler Ungehorsam? Und da hat jetzt zum Beispiel Carl Cohen, 1966, gesagt, ziviler Ungehorsam ist ein öffentlicher, illegaler, non-violent, also nicht gewalttätiger Protest. Und wenn man sich das so überlegt, das passt auch ziemlich gut auf die Greensboro vor. Also es war öffentlich, weil jeder konnte sehen, dass die vier Studenten dort sitzen. Es war friedlich, weil sie haben niemanden angegriffen, sie haben keine Steine geworfen, sie haben nichts gemacht, sie saßen da einfach nur. Es war aber illegal, also sie haben ein Gesetz gebrochen, weil sie durften da eigentlich nicht sitzen. Jetzt, wie das mit Gesellschaften so ist, wir haben uns halt weiterentwickelt. Also wir sind halt nicht stehen geblieben, sondern wir haben dann diese Idee des zivilen Ungehorsam, haben wir über die Jahrzehnte hinweg weitergetragen. Und auf einmal ging es nicht um ein spezielles Gesetz, sondern wir jetzt zum Beispiel hier, bei den Protesten in Seattle gegen die World Trade Organization, ging es überhaupt nicht um eine spezielle Sache, sondern es ging im Großen und Ganzen beim Global Justice Movement um kooperatistische Globalisierung, also die Globalisierung nur zugunsten von kapitalistischen Unternehmen, gegen die protestiert wurde. Dann waren manche Proteste nicht öffentlich. Also hier sehen wir einen Hund, der aus einer Tierforschungsklinik befreit wird. Wenn die Tierschützer vorher angekündigt hätten, also nächsten Donnerstag befreien wir eure Hunde, dann wäre der ganze Protest ein bisschen sinnfrei gewesen, weil dann hätten sie es nicht machen können. Also damit der Protest gelingt, musste er an dieser Stelle nicht öffentlich sein. Später sind sie aber dann an die Medien gegangen. Dann ist das Thema Gewalt frei. Das ist ein tibetischer Mönch, der so stark gegen China und die chinesische Regierung für die Freiheit Tibets empfindet, dass er sich selbst in Brand gesetzt hat und allein dadurch seinen Protest verkundet. Er ist nicht gewalttätig gegenüber anderen Menschen, aber er ist gewalttätig sich selbst gegenüber. Das heißt, was ist hiervon zu halten? Und wir merken schon, irgendwie all diese Formaldefinitionen von vor 40 Jahren, und die bringen uns schon seit langer Zeit nicht mehr weiter, weil sie beschreiben nicht das Spektrum, was ziviler Ungehorsam eigentlich erfasst. Das ganze Spektrum, was wir als Gesellschaft immer wieder als zivilen Ungehorsam neu erfunden haben. Also ist es vielleicht sinnvoll, andersrum ranzugehen und sich zu fragen, okay, warum sind wir überhaupt ungehorsam auf zivile Art und Weise? Und da gibt es zwei Dinge. Zum einen gibt es natürlich den Protest. Man sieht einen Missstand, man fühlt einen Missstand, man empfindet, dass ein Gesetz oder ein Unternehmen die eigenen Vorstellungen missachtet und man möchte dagegen protestieren. Man möchte seinem Ärger Luft machen, man möchte seinem Frust Luft machen. Das ist sozusagen zurückblickend. Und vorausblickend ist natürlich auch ein Ziel der Wandel. Man möchte nämlich, dass sich etwas ändert. Man protestiert ja nicht grundlos. Man setzt sich ja nicht grundlos acht Stunden am Tag in ein Restaurant, in den Bereich, wo eigentlich nur Weiße sitzen dürfen, weil man eben sonst nichts Besseres zu tun hat. Sondern man möchte ja, dass sich langfristig etwas ändert. Das heißt, man möchte mit der Regierung und mit der Gesellschaft letztlich in eine Diskussion über Wertvorstellungen. Wie wollen wir in unserer Gesellschaft mit Meinungsfreiheit, mit Religionsfreiheit, mit all dem Umgehen? Und genau an dieser Stelle wird ziviler Ungehorsam essentiell für Demokratie. Weil genau diese Möglichkeit, dass eine Minderheit von Menschen, der Mehrheit, die vorher für dieses Thema überhaupt nicht sensibilisiert war, zeigen kann, wie stark sie darüber empfinden, ist ganz essentiell. Also dass eine kleine Schar von Tierschützern zeigen kann, wie wichtig ihnen der Tierschutz eben ist, ist ganz essentiell für eine Demokratie. Weil ansonsten die Masse überhaupt nicht sehen kann, was wichtige Themen für jeden Einzelnen sind. Jetzt denkt ihr euch sicherlich, okay, ich habe die letzten hoffentlich fünf bis sechs Minuten darüber geredet, was ziviler Ungehorsam ist. Warum jetzt also auf einmal DDoS-Attacken? DDoS-Attacken wurden spannend vor ziemlich genau einem Jahr. Nämlich dann, als ein paar Ableger von Anonymous beim Weißen Haus eine Petition eingereicht haben, das ist ähnlich wie bei uns die Bundestagspetition, und gesagt haben, DDoS-Attacken sind eine valide Form des Protestes und sollten als gleichberechtigt zu Sitzblockaden anerkannt werden. Die Petition ist ziemlich kläglich im Sande versiegt mit drei bis viertausend Stimmen. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist überhaupt DDoS? DDoS ist Distributed Denial of Service. DDoS-Attacken in Klammern. Und das bedeutet, man greift von verteilten Rechnern einen Server an und versucht diesen Server so sehr mit Arbeit zu überlasten, dass er in die Knie geht und zusammenbricht, offline geht, wie auch immer. Ich vermute, dass manche im Raum denken, von was spricht er. Deswegen habe ich eine wunderschöne, hoffentlich sieht man das, habe ich eine wunderschöne Animation dazu gefunden, und zwar seht ihr hier, auf der linken Seite sind ganz viele Rechner, und die senden ganz viele Datenpakete nach rechts an einen bestimmten Server, und dann entsteht da ein kleines Feuerwerk. Und das da drüben ist der Distributed, oder das alles ist der Distributed Denial of Service Attack. Das heißt, ganz viele konzentrieren sich auf einen Punkt und dann passiert großartig es. So zumindest die Vorstellung von Anonymous. Das ist jetzt für alle, die Hintergrundwissen haben, für alle, die aus dem Technikbereich kommen, verzeiht mir an der Stelle, dass ich DDoS-Attacken so simpel runterbreche, aber an der Stelle hoffe ich, reicht das zur Illustration. Kommen wir zurück zur Katze. Gleich. Nein. Ich hätte vielleicht nicht Windows nehmen sollen. Das Problem bei DDoS-Attacken, wenn man sie als Äquivalent zu Sitzblockaden im Internet sieht. Und das ist die Argumentation von vielen Hackern oder von Anonymous an der Stelle. für eine Sitzblockade brauchen wir viele Menschen, die setzen sich vor einen Eingang, blockieren den Eingang damit. Für eine DDoS-Attacke brauchen wir ganz viele Rechner, wir brauchen viele, die mitmachen und dann blockieren wir diesen Web-Server. Die Analogie ist ziemlich eindeutig. Es gibt allerdings zwei Probleme. Es gibt eigentlich mehr Probleme, aber ich habe euch zwei Probleme mitgebracht. und zwar zum einen ist dort die Einzigartigkeit. Jeder, auch wenn das Bild oben abgeschnitten ist, aber jeder von euch wird wahrscheinlich erkennen, dass das obere Bild ein Straßenprotest ist. Ihr wisst nicht von was, ihr wisst nicht mit wem, warum, aber ihr seht direkt anhand der Szene, da protestiert jemand, Polizei ist dabei, jemand kriegt eine unverhältlich mäßig große Ladung Pfefferspray ins Gesicht. Es ist intuitiv erkennbar, dass es sich hier um einen Protest handelt. Stellen wir uns das Ganze im Internet vor mit einer DDoS-Attacke. Als Administrator von Amazon, rein hypothetisch, wir greifen Amazon an. Man sieht, okay, die Server sind völlig überlastet, wir kriegen extrem viel Traffic. Fertig. Man weiß nicht von wem, man weiß nicht, ob es ein Protest ist, man weiß nicht, ob es ein organisiertes Verbrechen ist, dass eine DDoS-Attacke fährt, um den Server runterzunehmen. Man weiß nicht, ob es ein Konkurrent ist, man weiß nicht, ob es vielleicht die Regierung ist. Im autoritären Regime wissen wir mittlerweile, dass die Regierung selbst DDoS-Attacken gegen Indy-Media-Webseiten fahren, um diese von Netz zu nehmen. Man sieht nur wahnsinnig viel Datenverkehr und Probleme mit den Servern. Das heißt, diese Einzigartigkeit, dass man sofort erkennen kann, wie bei einer Sitzblockade, hier sitzen 20, 40, 50 Menschen vor einem Eingang und protestieren gegen etwas, die ist im Cyberspace, im Internet, bei DDoS-Attacken nicht gegeben. Und da kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt. Wenn ihr 20 Menschen vor dem Bundesnachrichtendienst sitzen seht, scheint das vielleicht nicht so eindrucksvoll, wie wenn da 20.000 sitzen würden. Vermute ich mal. Nur im Internet ist diese Analogie gebrochen, weil schon als einzelner Hacker, wenn ich mir Serverleistung kaufe, das ist zum Beispiel eine Webseite, wo man sich DDoS-Attacken kaufen kann, dann ist diese, ist die Linearität zwischen wie viele Menschen gegen ein Thema protestieren wollen oder gegen ein Misstand protestieren wollen und wie groß dieser Protest dann wird, ist völlig gebrochen, weil schon als einzelner entweder sehr cleverer Hacker oder als einzelner Mensch mit viel Geld kann ich mir Serverressourcen kaufen, dass ich alle möglichen Webseiten von jetzt auf gleich mit DDoS-Attacken vom Netz nehmen kann. Genauso wiederum gibt es mittlerweile Unternehmen, die nur darauf spezialisiert sind, Webseiten gegen DDoS-Attacken zu sichern. Das heißt also, die Schwierigkeit ist, wenn ich den normalen Weg gehe, also quasi ehrlich protestiere mit DDoS-Attacken, das heißt ein PC ist ein Mensch. Das heißt, wenn wir alle uns hier versammeln und sagen, wir wollen gegen was protestieren, dann sind wir vielleicht 100 Leute, wir haben 100 Rechner und wir machen damit eine DDoS-Attacke. Firmen wie Cloudflare oder Prolexic lächeln da nur müde, weil das ist für die halt noch nicht mal ein Augenzwinkern wert, weil die sind darauf ausgelegt, viel größere Attacken abzuwehren für ihre Kunden. Das sind, also Cloudflare ist ein Unternehmen, das sich darauf spezialisiert, seine Kunden vor DDoS-Attacken zu schützen. Wie ihr seht, wir haben hier ein paar Probleme mit dem direkten Übertragen von Sitzblockaden, sind zivile ungehorsam, DDoS-Attacken sind zivile ungehorsam im Internet. Und das ist zum einen die Einzigartigkeit, man kann nicht unterscheiden, man kann als Ziel kann man nicht wissen, ob diese Attacke gerade von politischen Gegnern kommt, von der Konkurrenz kommt, vom organisierten Verbrechen kommt, von der Regierung kommt oder von wirklich motivierten Demonstranten kommt. Wir haben das Problem mit der individuellen Präsenz, das heißt, nur weil ein Angriff, ein DDoS-Angriff sehr, sehr groß ist, selbst wenn er politisch motiviert ist, heißt das noch lange nicht, dass sehr, sehr viele Menschen da mit protestieren, das kann eine einzelne Person sein. Wir haben ein grundsätzliches, mehr moralisches Problem mit der Redefreiheit, weil was ich bei einer DDoS-Attacke letztlich mache, ist, ich mache meinen Gegenüber mundtot. Und das sollte in einer Form des Protestes niemals die erste Wahl sein, weil ich damit mir ein Recht rausnehme, was ich vom anderen verlange. Für westlicher Imperialismus ist ein spannendes Thema, haben wir jetzt leider keine Zeit zu. Zum Abschluss. Oben ist ein bisschen was abgeschnitten, ich lese es euch gerade vor. Arundhati Roy, das ist eine indische Schriftstellerin und politische Aktivistin, die hatte gesagt, 2003, Und so würde ich auch gerne DDoS-Attacken sehen, zumindest DDoS-Attacken als Protestform. Es war ein Experiment, es war naheliegend, dass man DDoS-Attacken versucht, als Protestmittel zu nutzen, aber man sollte einsehen, dass es kein ziviler Ungehorsam ist. Dafür gibt es zu viele Probleme und vor allen Dingen würde man sich auf eine Stufe mit organisierten Verbrechen und mit autoritären Regimen stellen, die alle genau diese Attacken benutzen, um ihre eigenen monetären oder ideologischen Ziele zu verfolgen. Wenn ihr mehr wissen wollt, unter dem Bitly-Link findet ihr meine Arbeit, da werde ich dir dann erschlagen mit Theorien und vielen Feinheiten. Wenn ihr Fragen habt, gerne an meine E-Mail-Adresse oder hier bei dem Marte. Dankeschön. Bleibt mal hier. Ich glaube, es wird bestimmt Fragen geben oder zumindest Kommentare. Wir wollen uns auf jeden Fall so zehn Minuten mindestens Zeit lassen, falls ihr welche habt. Ich fand es einen sehr spannenden Vortrag und ich bin auch ganz gespannt, ob es nicht gegenstimmt, gibt es zu dem, was du gerade als Schlussthese aufgestellt hast. Ich habe mich das letzte Mal an dem Thema in einem anderen Jahrhundert beschäftigt, wo wir uns viel Gedanken darüber gemacht haben, wie kann man analoge Protestformen in die digitale Welt übersetzen und ist es nicht eben legitim, so etwas wie eine Demonstration auch digital zu denken. Damals hat es aber tatsächlich gereicht, wenn ein paar hundert beziehungsweise ein paar tausend Leute eine manuelle DOS-Attacke durchgeführt haben, um eine Website wie die der Lufthansa zu legen. Das ist natürlich heute nicht mehr der Fall. Also diese Legitimitätsproblematik, die du angesprochen hast, ist es nicht auch legitim, andere technische Mittel zu nutzen, um den gleichen Effekt herzustellen? Würde ich auf jeden Fall nochmal ein Fragezeichen hinter machen. Gibt es Fragen und Kommentare? Ja, erst mal danke für den Vortrag. Ich hätte gerne am Anfang ein Meinungsbild. Erstens, wer sieht das ähnlich, dass DDoS-Attacken kein geeignetes Mittel sind zum Widerstand oder als ziviler Ungehorsam? Okay, mit anderen Worten, die Reverse sehen es anders. Ich wollte nochmal auf die vier Punkte eingehen, weil als erstes hattest du geschrieben, es ist sozusagen Einzigartigkeit, da hätte ich schon die Solution, wenn Open Data City und Michael uns einfach ein Tool baut, wo wir uns vorher eintragen und sagen, wir machen gleich beim DDoS mit, wir sind hier, wir sind für das Thema, dann wissen die genau, warum wir vielleicht pingen oder was auch immer, individuelle Präsenz, ich glaube, es hat immer was mit dem Hebel zu tun, was man irgendwo mit erreichen möchte. Wenn du eine Sitzblockade alleine vom Bundeskanzleramt machst, hast du nicht viel Impact, wenn du alleine vielleicht auf der Hauptverkehrsstraße dich hinsetzt, hast du auch dort alleine einen gewissen Impact. Also wenn man dieses Beispiel mit den vier Farbigen sich ansieht, es gab auch diese bekannte Farbige, die sich vorne in den Bus gesetzt hat, die war auch alleine und hat auch alleine Großes bewirkt, darum, weiß ich nicht genau, ob das da zählt. Ja, Redefreiheit, wie gesagt, wenn man sagt, man macht die Kommunikationsinfrastrukturen des anderen kaputt, ja gegebenenfalls könnte man sich darauf einigen, dass man dort, wo die dann ihre PR-Abteilung sozusagen eine Meldung machen kann, eben nicht angreift, aber die anderen Systeme und bei westlichem Imperialismus, ja, du hast recht, es ist eine Art von Angriff, aber vielleicht ist es dann kein ziviler Ungehorsein, sondern bewaffneter Widerstand, den wir vielleicht manchmal machen müssen. Du hast absolut recht, dass keins von den, sagen wir so rum, es ist ein schwieriges Feld insofern, als dass man sehr viele Beispiele findet, wo Diders, oder ein paar Beispiele findet, wo Diders-Attacken sehr, sehr nah an zivilen Ungehorsam für meine Begriffe reinkommen, zum Beispiel Lufthansa, genauso die Attacken 1999 in Koordination mit den Protesten vor der World Trade Organization in Seattle. Nur, die Schwierigkeit ist ja, auf welche Ebene begibt man sich und vor allen Dingen, welches Ziel verfolgt man. Und wenn man, deswegen hatte ich auch versucht, das herauszuarbeiten, wenn das Ziel ist, dass man mit der Bevölkerung und mit der Regierung in eine Wertediskussion eintritt, um langfristig Änderungen herbeizuführen, dann muss man natürlich automatisch zu einem Weg greifen, auf den man gehört wird. Und wenn man sich quasi das Ökosystem Didos-Attacken anguckt, dann muss man eben einfach sehen, dass die finanziell motivierten Didos-Attacken, die Didos-Attacken vom organisierten Verbrechen und die Didos-Attacken durch autoritäre Regime sowohl an Bandbreite als auch an Häufigkeit als auch an Effektivität alles sprengen, was bisher durch Anonymous, durch Elektro-Hippies, durch Electronic Disturbance Theater, von wem auch immer, also alle politisch motivierten Aktionen weit, weit hinter sich lassen. Und wenn ich als Amazon oder als Mediamarkt oder ich will nicht immer nur dieselben Unternehmen nennen, aber wenn ich mich als Unternehmen gegen Didos-Attacken wappne, zum Beispiel mit Cloudflare, zum Beispiel mit Prolexic, dann hat politischer Protest auf diesem Level keine Chance mehr, weil er damit quasi mit fairen Mitteln, eine Person ist ein Rechner, nicht mehr zurande kommt. Und da sehe ich das Problem. Ich denke, zivile Ungehorsam ist unglaublich wichtig im Internet. Ich glaube nur, dass Didos-Attacken der falsche Weg waren. Ja, erstmal danke für den Vortrag. Mich würde zum einen interessieren, aus welcher fachlichen Richtung du kommst und woher du eigentlich diese Perspektive entwickelt hast. Und zum anderen würde mich interessieren, weil ich über zivilen Ungehorsam im Internet promoviere, würde mich sehr interessieren, warum du denn bisherige Theorien für unbrauchbar hältst, aber gleichzeitig die ganze Zeit mit ihnen argumentierst. Weil viele Kriterien, die du benutzt, das sind ja eigentlich so ganz viele klassische Kriterien, die auch andere wie Rawls oder Arendt, mit der ich sehr viel arbeite, aufgestellt haben. Eigentlich zeigst du ja, dass die eigentlich noch ziemlich brauchbar sind und ja auch sehr viel mit Demokratietheorie zu tun haben, die wir heute genauso sehr brauchen. Und es ist eher die Frage, wie man diese Kriterien versteht und wie man sie vielleicht auch für das Internet neu versteht. Da bin ich irgendwie auch d'accord mit dem, was du sagst. Aber ich glaube, dass man es sich nicht so leicht machen kann zu sagen, ja alles, was wir bisher zu zivilem Ungehorsam gedacht haben, ist unbrauchbar. Sondern ich finde gerade diesen Diskurs wichtig, dass wir nochmal überlegen, was wollen wir eigentlich darunter verstehen und dann nochmal gucken, welche Taktiken denn dazu passen. Und ich finde es sehr schade, dass diese Debatte immer reduziert wird auf, ist DDoS-Aktion ziviler Ungehorsam oder eben nicht. Weil es gibt sehr viele andere Möglichkeiten und auch sehr viele andere Praktiken, die mittlerweile schon als ziviler Ungehorsam im Internet praktiziert werden können, die genauso sehr diskussionswürdig sind. Also ja, wo wir uns genau dasselbe fragen müssen, was wollen wir in einer Demokratie? Erstmal schön, dass du da bist. Ich habe leider deinen Namen vergessen, aber ich habe dein Google-Doc gelesen, was du für deine Promotion online gestellt hast. Deswegen freut mich wirklich, dass du da bist. Und du hast natürlich recht. es wäre falsch, wenn rüberkam, dass zivile Ungehorsam, die Theorien zu zivilen Ungehorsam heute alle nicht mehr gelten. Weil genau darum geht es mir nicht. Sondern wenn man dem Geist des zivilen Ungehorsam treu sein will im Internet, dann muss man einsehen, oder dann kann man sehr leicht zu dem Schluss kommen, dass DDoS-Attacken diesem Gedanken von zivilem Ungehorsam nicht treu geblieben sind. Und dass sie ihn nicht erhalten. Zu meinem Hintergrund, ich habe erst in Darmstadt Wirtschaftsinformatik als Bachelor gemacht und dann habe ich dann Soziologie in Schweden draufgesetzt und kamen dadurch eben in Kontakt mit Internetgesellschaft, DDoS-Attacken und zivilem Ungehorsam. Mir schwirren gerade ganz viele Gedanken im Kopf rum. Wenn du Lust hast, können wir uns gerne danach unterhalten. Aber ich glaube, wenn ich jetzt mit Rawls und Brownlee anfange, dann gibt es hier einige böse Gesichter. Danke. Genau, ich habe noch eine Frage. Erstmal vielen Dank für die Vorfragerin. Ich werde es auch ganz kurz halten. Mein Eindruck war der, dass es vielleicht ganz wichtig ist, die Analogie auch ein bisschen klar zu ziehen. Bei den Beispielen, die du gebracht hast, ging es ja nicht darum, das einfach nur ein Mittel, also irgendwie eine Blockade zu machen oder sich vorne in den Bus zu setzen, sondern dieses Mittel war ganz genau entgegen dem, was unterdrückt hat. Also sich vorne in den Bus zu setzen war nicht einfach nur vorne in den Bus setzen, sondern vorne in den Bus setzen, weil das nicht erlaubt war und weil genau das die Ungerechtigkeit war. Sich in die Dinos zu setzen, war eben genau, weil es nicht erlaubt war. Die Analogie für die Frage und deswegen habe ich auch vorhin nicht gesagt, ich finde, das ist angemessen oder nicht angemessen, eine DDoS-Attacke zu machen, weil die Analogie, die Frage ist doch, wann ist es angemessen und wann ist es nicht angemessen. Also in welchem Zusammenhang, wo werden wir zum Beispiel unterdrückt oder wo besteht eine Ungerechtigkeit, die durch das Netz, in dem Netz in einer Art und Weise passiert, wo eine DDoS-Attacke ein legitimes und gerechtfertigtes Mittel ist. Also das ist, glaube ich, die wichtige Frage, die wir uns stellen müssen und das ist im Prinzip auch die Frage, die wir uns und so weiter und so fort stellen und so muss, glaube ich, die Frage gestellt werden und nicht zu sagen, nur ja oder nein. Sehe ich genauso. Ich denke, man muss langfristig auf jeden Fall davon wegkommen, bei, sei es jetzt eine DDoS-Attacke, sei es jetzt andere Methodiken, die eingesetzt werden, dass man wegkommt, die Technik zu beurteilen und dahin kommt, den Nutzen dieser Technik oder die Methodik, unter der diese Technik verwendet wird, zu beurteilen. Letztlich, wie man es eben auch im sonstigen Leben macht. Absolut. Dankeschön. Dann danke für die Fragen, danke für die Antworten. Anna, kommst du nach vorne? Wir haben jetzt den Vortrag oder den Rückblick auf den 30C3 von Anna Bezelli. Du bekommst das Mikrofon und steckst noch alles um. In der Zwischenzeit könnt ihr euch vielleicht noch schnell ein Getränk holen, falls ihr möchtet. Vielen Dank. Vielen Dank.